jo leute und damit willkommen zurück zu das bekloppten projekt heute mal nur zu zweit mit dem flash weil johnny hat gesagt ja um drei aber irgendwie ist er nicht da bestimmt verschlafen verschlafen warum auch immer ich mach mal wieder bei mir an guck mal ich hab einen neun ich hab einen schönen bogen schönen crystal bow ich hab direkt ich habe rausgeschossen wir haben hier auf screen bisschen was gemacht aber nur ein bisschen wirklich nur ein bisschen ja waren ja auch die das meiste haben ja die turtles gemacht dazu sagen die turtles haben wir natürlich gestartet gehabt wie immer wir das machen das beste finde ich bekloppt sind dann werden auch einmal das problem das wüsste ja noch dass wir backup gezogen hat nun einiges gefehlt hat ja leider dann hat vielleicht hier den sporten ordentlich gemacht ja ach ja ihn hat er richtig schick gemacht haben wir eigentlich gezeigt hat beim netz man den weißt das gar nicht da hattest du ihn noch nicht gemacht kann daher warte mal da kann ich auch durch gehen annehmen ein portal geht nach hause ich habe ja auch noch nicht für ich sehen ich habe jetzt mit mir gesetzt komplett ich gehe mal auch dann habe ich immer ein bisschen ausbauen lassen mich schon wieder weg da kommt man nicht alles rein was ich machen will weil ich glaube gerade nicht im sporn herum hier die kann ich immer wieder anschalten glaube ich muss die fps ein bisschen bei mir runtersetzen weil ich habe 26 komisch obwohl das 64 und wir kommen ich mach das mal auf war ganz normal klappt klappt habe ich eine 40 jetzt habe ich zu 48 ich habe ja hier unten das ding naja ich habe da noch mehr von gefunden ja und steuert jetzt komplett alles alles weg ich habe schön die ganzen stein davon nehme ich da nur das alles darin auszubauen von der gesprung versucht irgendwie dahin zu kommen aber mir dauert das ein bisschen mit dem aufladen ist ziemlich groß hast du noch eine reihe drein gehangen ja ne das sind 60 mal 60 ach du ahnst es nicht du hast doch gesagt dass ich das 60 mal 60 macht ich muss bei ihm klauen und dann würde ich so machen dass ich das natürlich nicht ganz am rand setze sondern immer so drei dazwischen freilassen ja die auch schon hatte ich auch schon mal lang laufen kann man kann es auch anders machen mir leckt das nicht so ein bisschen immer wenn ihr aufnehmen bin ich weiß es nicht und es ist dunkel ich weiß ich weiß ich weiß ich hab ja auch immer noch kein bett stehen ich bin aber am bett von 2 0 ja das ist schon ja zwei betten wir können am sporn pennen ja wenn wir mal wirklich verrecken dass wir da landen und nicht am sporn meine ich ja obwohl am sporn ist ja egal die ganze schokobus machen die party bei dir da war ja auch ein schokobus habe ich jetzt in der zeit ein paar nehmen wir ein bett mit weil wir haben ja macht das jeweils mal zwei betten da stehen gott sagen deswegen ja deswegen können wir eins damit nehmen und alles lassen wir hier stehen ist ja nichts neues immer wenn man oben bei den zaubertisch land läuft dann fängt das ja zu legen ja ich hatte ja noch beim letzten mal ich weiß gar nicht ob ich das auch unsere wizard farm habe ich auch noch eingesetzt ja so nicht gezeigt nee da bin ich gerade aber bräuch nichts machen das ist so das geil ist eigentlich der better dungeon smart ist jetzt auch mit drin weil ich hatte eine konflikt vergessen rein zu tun und den richtig rein zu einzufügen aber jetzt läuft das alles wir müssen eigentlich vor dir stehen und knie weißt du doch und ich habe ordentlich an ersten geschmolzen weil das ist dunkel 336 blöcke 1 2 3 4 5 6 7 steck von den koffer blöcken ich will auch durch die törle zu bekommen hat mich auch so und dann immer schön geschmolzen damit aber das werde ich eh alles noch ändern wir noch mal eine runde schlafen gehen aber ich habe ja auch kein bett oder ja dann muss sein soll wahrscheinlich ich guck mal gerade dann habe ich noch einen mammut kopf den ich daran gesetzt habe und den komischen vogel kopf den hat fleisch daran gesetzt hatte ich noch einen zufällig gehabt ich habe mir mein bettchen centos hier noch nicht bei uns daheim im pennen ich glaube wenn ich gerade aufgestanden hat aber lange geschlafen dann habe ich hier immer noch zwischen steine geschmolzen weil ich ja alles aus den stone bricks und den kaputten stone bricks machen will deswegen aber ich habe schon eigentlich fast eine ganze kiste voll gold und dirk ist ich habe die mir auch gemacht die dirkisten da gab es ja auch viel guck mal wir haben die turtles gestartet war ja ziemlich riesen groß hier und ich würde mal sagen leute das ist schon schön viel aber das reicht trotzdem nicht aus der ärzte haben meine kisten ja meine kiste mit den ganzen stone bricks drin lasst uns erst mal ein system bauen dann passt das schon wieder ja ich muss das ja ausbauen da ist man das echt so eine runde schlafen gehen okay bett steht auf jeden fall bei mir ich liege nicht jetzt ich jetzt auch irgendwie hatte ein bisschen so rumgelegt beim hinlegen ist auch nicht so schlimm ob zwar wir haben unser safe punkt dann kann ich mich bei meiner turtle jetzt auch weitermachen hier sind auch noch zwei hingelaufen sind auch zwei hingelaufen die aber hier bleiben irgendwie in der nähe dann habe ich ja hier das ganze gehege voll jetzt kann ich ja nicht die hüpfen die ganze zeit rum ich habe gemacht dass sie sich hingesetzt haben also ganz normal standen jetzt hüpfen die wieder die ganze zeit diskus ist unter drogen gesetzt sich unter drogen gesetzt ja so 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 doch alles richtig eingestellt weiß ich nicht was wieder deine komische rate da die nachher wie heißt sie denn ich hab doch ob die fein drin so komisch ich hab dann maximal fps an und dann spackt das bei mir normalerweise nicht rum das weiß ich natürlich nicht aber das war ein bisschen runter geht das kann ich ja natürlich nicht sagen wir bei maximal da hat er nie probleme gemacht eigentlich sehen wir war ach ich hab nur bahn 4 6 gestorben ein schuss mit dem bogen und er ist tot das hat er auch aufbogen am breaking 3 infinity 1 flame 1 punch 2 power 5 und after life 3 alles gecheatet ja du mich auch eigentlich kriste doch diese komischen eierchen raus nachher stimmt ja aber nicht immer nee nicht immer 30 3 ist also after life 3 ist die chance von 30 prozent aber ist ja egal man kann ab und zu mal ruhig bekommen man muss nicht immer welche bekommen wenn du irgendwie kür oder so finesse wird dann kannst du die schnell dadurch mitnehmen ja ist einfach ich habe ja ich habe den sporn einen kuh habe ich auch schon werde ich auch noch hinsetzen so ich brauchte ja ein filler ja du brauchst das meine energie ne ja auch ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich muss gleich gucken wie weit die die ob die pumpe noch aktiv ist die lavapumpe ja die ist noch aktiv okay weil ich gestern noch geguckt gehabt alles klar hat sich doch mir ein bisschen von den mann wie heißt das nochmal ja ja genau ich weiß m m m m quads gesammelt hat ja genau da war ja da habe ich das gesehen ja ja mein paar sechs quads gesammelt erst mal drei sechs habe ich daraus zwei zweieinhalb sechs ungefähr hatte ich dann da drauf da machst du jetzt mit dem blöcken oder wie machst du was was mit ja ich arbeite mit dem blöck noch ein bisschen bis zum platzierung oder so reinsetzen das ist auch mal sieht auch mal geil aus wenn man das richtig macht kann sie noch verschiedene form aus man ich glaube auch nur sollen oder sowas gab es ja auch noch jasper block ich weiß gar nicht was man damit machen kann ja viel stück aus ja größen sind erst wach und stört sofort für unglaublich hier immer diese leute immer diese menschen so wir sind ja momentan alleine zentos ist wieder inaktiv hier unglaublich immer diese leute ja 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 zentos da bin ich wieder ja aber die angeklopft sollten ja wenn ich soll dich von zu grüßen das ist schön ich habe extra diesmal gemutet habe ich mich schon fast daran gewundert dass das getan habe ich denn meinen ausdruck mal wenn ich im po gesteckt meine güte hallo das kannst du doch nicht hier bringen um diese uhrzeit so nicht ich will doch keinen neuen machen ich hatte doch irgendwo ein ja habe ich auch nicht mehr so mal wieder fällen bei meinem wald obwohl ich habe schon noch ein bisschen so ist das nicht aber ich habe gar nichts mehr noch irgendwie spackt dass man bei mir ein bisschen rum dies ding als fertig zu machen doch also ich habe wirklich habe ich das denn naja mach mir halt neu ja warum auch wohl ja warum ja was vieles davon habe ich dann weg gehauen also trägerstein minimum charts minimums hörst du das was denn er macht gerade lärm da draußen habe ich nicht gehört wirklich nicht tun dass du in der lapper life hat da wieder langweil dingeweil d index soviel schaden genommen rushed weather leider aber gottzeichen ist auch dieses komische mit den fliegenden hühnern da weg und würde ich weil die noch ja das war echt drin das war mir nicht weil sie das video auch gestern gering ja das war durch irgendeinen mod einfach nur als scherz eingebaut ja war ein schlechter scherz aber wirklich ein schlechter scherz so lab es ist da wollte ich ganz empfehlen wenn die kinder so auf den sagt da kannst du ein recycler einpacken wenn ein hättest leistungs habe ich noch gemacht das ist ernsthaft zu tode tinte hatte ich zwar mit hinten aus der kinder kam da glaube ich kaum so wie ging das denn noch mal so so und so ein lavatank ich tue mal gerade noch einen lavatank machen zweiten für die geothermal generatoren ok das geht ja jetzt wieder sobald irgendeiner wieder zu viel frisst dann ist er weg ja ich weiß egal dass wir hinsetzen hier habe ich echt nennt so tinte ok für was brauchst du denn für den füller wie brauchst du denn zwei stück 2 habe ich meine habe ich auch sehr gut dann komme ich komme durchs portal im betreffend 7 meter ja hier nun schon da ja dankeschön tschüss ein kassel bis warum ist unbedingt hier so eine ender chest machen als postfach gibt ob ich schneller nicht wirklich eigentlich ja aber kannst du wenigstens brauchst nicht durchs portal gehen also dass wir uns immer treffen müssten wird wenn schon eine truhe und die waren extra sind auch ein leder weg ja ich weiß gar nicht ob die meinen gelften sind die meinen erst ein kinder oder ja diese noch da hatte ich mich beim bei meinem gewundert schon um die noch da sind diese noch so ich habe ich doch in der truhen dringend ich will mir nicht mal extra truhe machen habe ich doch noch genug hättest du was sagen müssen da hat schon hätte ich noch welche mitgebracht ich hab doch gesagt ich hab da irgendwo noch welche ich brauche nicht noch mehr als ich schon habe alle die alle aus dem tower mitnimmst ne dann habe ich ja zum beispiel gar nicht oder meine töte sie mit einsammeln ich lasse hier immer fein sei weil ich da die ganzen drohen brauche ich ja nicht unbedingt wie gesagt oder meine töte sammeln die ein so ich pack das bei mir mit einem klicken warum ab und zu zweit doppelt es weiter was haben wir denn da ist so weiter wo terry mess wird auch haben wir ja auch wieder geil meister ist maschinen bloggen so wie sich das gehört eine maschinen blogs nein jetzt geht es wieder los eisen brennen ich mache mir auch ein geotermal generator habe ich aber gleich noch habe ich dann gemacht 2468 läuft ganz gut ja ist man nicht besser wenn ich das so mache ja ich schmelze gerade mal was durch ja auch genug zum durchschmelzen fast den ganzen fast ganzen stecken blogs habe ich gerade durch geschmissen kann man die ganzen blog auch als machen wo das kann ich schade gehen geht glaube ich nicht geht auch nicht